Guten Tag und herzlich willkommen zu EKG-Training. Mein Name ist Carsten Israel. Ich bin Chefarzt für Kardiologie im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld und möchte Ihnen gerne im Rahmen der Reihe EKG-Audits einen spannenden Fall aus meinem Fundus vorstellen. Hier habe ich einen richtig interessanten Fall für Sie. Ein 64-jähriger Patient, der wegen Schwindel und Rezidivieren der Synkopen in die Notaufnahme kommt. Er hat eine eindrucksvolle Vorgeschichte mit Diabetes, mit Hypertonus und einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz. Es lohnt sich einmal einen Blick auf das EKG zu werfen. Ja, es findet sich eine Aufzeichnung bei 25 Millimeter pro Sekunde, also ist jeder Millimeter 40 Millisekunden lang. Und wenn wir einmal die Herzfrequenz, die Ventrikelfrequenz berechnen wollen, können wir vielleicht von diesem QS-Komplex ausgehen. 15, 15, 20, 25, 30 Millimeter bis hier, bisschen mehr noch. 30 mal 40, 1200, also eine Herzfrequenz knapp unter 50 pro Minute. Was ist für ein Rhythmus vorliegend bei Bradykadi? Und wenn wir einmal in Römisch 2 gucken, in Römisch 2 sieht man hier vorne vor dem QS-Komplex eine P-Welle, vor dem nächsten auch. Sieht also erstmal aus wie eine Sinus-Bradykadi. Wäre schon ziemlich langsam, aber gibt es. Wenn wir noch weiter nach P-Wellen suchen, dann können wir mal in Ableitung V1 gucken und da sehen wir wieder vor dem QS-Komplex eine P-Welle, vor dem nächsten hier vorne auch. Aber hier fällt, finde ich, noch etwas stärker auf, dass am Ende der negativen ST-Strecke, am Ende der T-Welle, auch noch ein Haken drin sitzt. Und wenn wir einmal gucken, ist das regelmäßig, dann sehen wir von hier, von dieser P-Welle bis zur nächsten, das sind 15, 15, so 18 Kästchen ungefähr. Von dieser hier bis zur nächsten sind 12 und nochmal, ja, auch so etwa 5, 17, sieht regelmäßig aus. Also, die Frage ist, was haben wir vorliegen? Das wäre entweder ein AV-Block zweiten Grades mit 2 zu 1 Überleitung oder ein AV-Block dritten Grades. Beim AV-Block dritten Grades haben die P-Wellen und die QS-Komplexe keine Verbindung mehr. Das heißt, die wären rein zufällig, P-Wellen zum Beispiel doppelt so schnell wie die Kammerkomplexe. Und ein kleiner Trick, wenn man dann einmal die erste PQ-Zeit anguckt, wie ist die Überleitung von dieser P-Welle auf den QS-Komplex? Da würde ich sagen, ungefähr nach vier Kästchen. Und wenn man sich dann anschaut, die Überleitung der letzten aufgezeichneten PQ-Sequenz, dann sieht man hier ein bisschen wackelig gemalt. Aber auch hier ist eigentlich die PQ-Zeit identisch, also auch wieder 160 Millisekunden. Das heißt, wenn man dann schaut, alle übergeleiteten P-Wellen scheinen etwa bei 160 Millisekunden übergeleitet zu sein. Das wäre extrem unwahrscheinlich als Zufall bei AV-Block 3. Das hier ist ein AV-Block zweiten Grades mit Überleitung jeder zweiten P-Welle, also AV-Block zweiten Grades mit 2 zu 1 Block. Und jetzt die spannende Frage, was leitet bei dem Patienten eigentlich noch? Und da sehen wir einmal hier in V1 ein QS-Komplex, wie er beim Rechtsschenkelblock zu finden ist. Also der rechte Schenkel ist schon mal auf jeden Fall nicht leitend. Und dann, das finde ich besonders schön hier, sehen wir etwas ganz, ganz deutliches, selten so deutlich. Eine riesige S-Zacke hier in Römisch 1 und eine schmale Q-Zacke in Römisch 3. S1Q3, das gibt es bei verschiedenen Dingen. Aber wir sehen daneben auch noch, dass der Lagetyp hier Römisch 3 größer Römisch 2 und Römisch 1 ist negativ. Das heißt, der Lagetyp ist größer 90 Grad, ein Rechtslagetyp vielleicht so 120 Grad, sowas in der Richtung. Das ist für einen erwachsenen Menschen extrem unwahrscheinlich. Also Rechtslagetyp, breites S in 1, schmales oder kleines Q in 3 und die letzte Komponente sehen Sie hier noch. Hier sehen Sie an Römisch 3 so einen kleinen Buckel im absteigenden Schenkel der R-Zacke. Diese vier Dinge zusammen, Rechtslagetyp größer 90 Grad, S1Q3, breites S, kleines Q und Buckel, also Knotung in Römisch 3, definieren den Linksposterioron-Hemiblock. Es handelt sich also hier um eine Kombination Rechtsschenkelblock. Linksposteriorer Schenkel ist auch blockiert, nebenbei bei den meisten Menschen ist das der dickste. Das heißt, dieser Patient leitet nur noch über den dünnen linksantieuren Schenkel und auch das nur noch jeden zweiten Schlag. Zu deutsch, der hat riesen Glück gehabt, der kommt sozusagen auf der allerletzten Rille, da fehlt überhaupt nicht viel und der letzte leitende Schenkel blockiert auch und dann hat er einen AV-Block dritten Grades, wahrscheinlich ziemlich tief sitzend mit langsamem Ersatzrhythmus, was dann ziemlich gefährlich gewesen wäre. Dieser Fall stellt ein interessantes Beispiel für einen AV-Block zweiten Grades mit 2 zu 1 Überleitung dar, eine spezielle Form des AV-Block zweiten Grades. Besonders eindrucksvoll hier die Analyse der letzten verbliebenen Leitung. Der rechte Schenkel ist blockiert und man sieht alle Zeichen eines linksposterioren Hemiblockes. Das heißt, der Patient leitet nur noch ab und zu über seinen linksanterioren Hemiblock und muss natürlich kurzfristig mit einem Schrittmacher versorgt werden. Bleiben Sie dran und freuen Sie sich mit mir auf meinen nächsten Fall in der Reihe EKG-Audits. Sie merken, EKG-Kenntnisse sind einfach cool. 2 1 1 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020